Hü, Spirit! Alles klar, ich hab's geschafft! Wir saßen am Feuer, ich erzählte ihnen von all unseren Abenteuern, die wir erlebt hatten, als wir die Stute in Sicherheit bringen wollten. Abigail und Prue waren beeindruckt. Ich stellte aber fest, dass ich so sehr von der Herde abgelenkt worden war, dass ich schon fast den Schatz meiner Mutter vergessen hatte. Doch dann kam mir ein Gedanke. Meine Mutter hätte gewollt, dass ich den Pferden helfe, egal was komme. Und ich wurde richtig glücklich bei dem Gedanken, dass sie stolz auf mich gewesen wäre. Wir verbrachten die ganze Nacht, damit Pläne für den nächsten Tag zu schmieden. Wir beschlossen uns, wie professionelle Schatzjäger vorzubereiten. Musik 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 Das war's für heute. Hey! 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 Yeeha! Lass uns gehen, Spirit! Das war's für heute! Das war's für heute! Ich glaube, ich komm näher! Hey, Papa! Hey, Papa! Hey, Papa! Hey, Papa! Hey, Spirit! Das scheint der richtige Weg zu sein! Hey! Hey, Papa! Hey! Hey, Papa! Hey, Papa! Hey, Papa! Hey! 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 Hey!